Fahren Sie ein Rennen? Ja klar, mit deiner Mutter. Ich trete nicht auf die Bremse, mein Freund. Ich fahre heute mal wie eine wilde Sau. Wir haben es eilig, ja. Wir müssen die Strecke unter 20 Minuten. Und wer einsteigen will, die Brechtüten liegen rechts hinter mir. Von mir aus könnt ihr heute auch ohne zu bezahlen rein. Ist mir scheißegal. Hauptsache wir schaffen die Strecke. Leute, heute ist das eine Einladung zum Schwarzfahren. Christina ist meine Zwillingsschwester, Leute. Nur das wisst ihr alle noch nicht, weil ihr die sechstausende Folge noch nicht gesehen habt. Oh, da sitzt ein Marienkäfer auf meinem Knie. Oh, halt doch mal die Schnauze. Was habe ich vergessen? Schlagloch oder was? Ich habe doch schon alle mitgenommen. Moin, halli, hallo, hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Bussimulator. Ja, wie ihr seht, habe ich ein bisschen an den Einstellungen gespielt und habe einen anderen Blickwinkel mal eingebaut. Von der Seite ein bisschen. Ich hoffe, ich gewöne mich sehr schnell daran, weil es ist doch ein bisschen eine Umstellung, wenn man die ganze Zeit vorneweg geradeaus reinguckt. Nun ja, ich denke mal, wir werden uns jetzt mal die Missionsziele vornehmen, die wir letztes Mal fast alle abgearbeitet haben. Wir gucken mal durch. Wir haben quasi nur noch die eine Strecke. Die habe ich auch letztes Mal schon gebaut, glaube ich. Muss ich mal gucken. Wir haben Fischgrund bis Siegwald und Lidl. Stimmt, auf der rechten Seite seht ihr Strecke 46. Die Streckenzeit müssen wir unter 20 Minuten schaffen. Werden wir uns mal anpinnen. Die müssen wir auch noch im Loop-Modus fahren. Ähm, wo haben wir sie denn? Da. Da, die steht, äh, auf 19, äh, Minuten 32. Ich hoffe mal, das klappt. Also, da müssen wir schon kräftig Gas geben. Äh, aber ich denke mal, das wird, äh, hinhauen. Wir werden diese jetzt fahren. Wir gucken mal, ähm, welchen Bus wir da nehmen. Weil zum Glück haben wir ja ganz viele Busse hier. Ähm, wir nehmen einen, wo wir mit schnell durchkommen. Zwölf Meter lang, äh, sind wir sonst, äh, oft gefahren. Ähm, Leistung hatten der. 213 kW. Wir hatten der normale Zitaro. Ja, ich glaube, wir nehmen den normalen Zitaro K. Oder, äh, was sagt ihr Leute? Erdgas Bus, äh, der kommt nicht so aus dem Knick, finde ich. Boah, der große Bus, äh, ähm. Urban Way 18 Meter, den könnten wir auch nehmen. Ist ein bisschen, äh, lang. Damit kriegen wir viele Passagiere an Bord. Ähm, wir nehmen, äh, lasst uns einfach den Zitaro K nehmen. Dann können wir die Strecke gut schnell durchbügeln. Ich hoffe mal. Ähm, wir schalten mal den, äh, Loop Modus an. Letztes Mal war ja Rundfahrt Modus, glaube ich. Und das hatte ich, äh, verwechselt in den, in den ganzen, äh, Strecken, wie er war. Ja gut. Äh, Wetter und Tageszeit. Äh, ich möchte am Tag fahren. Letztes Mal bin ich im Regen gefahren. Und da musste ich auch, äh, zufälligerweise niesen. Und hab dann Fußgänger platt gefahren. Ja. Okay. Alles klar, wir düsen los. So. Ja, meine Damen und Herren, äh, Vorwärtsgang rein. Wir, wir fahren direkt los, würde ich sagen. Wir haben keine Zeit zu verlieren. So. Da sind auch schon die ersten Fahrgäste. Los, kommt rein. Äh, Jungs und Mädels. Der Bus ist nicht neu, den hab ich schon länger. Äh, eine Woche fahren. Das kannst du haben. Zwei Euro zurück. Bitte die Dame. So, wir können direkt weiter. Ah. Leute, solche, äh, Loopstrecken, die hasse ich ja wie die Pest, ne? Nun muss man richtig lange fahren. Das mag ich ganz und gar nicht. Sind auch noch die Ampeln, die gegen uns arbeiten. Aber okay. Das ist alles kein Problem. Haut da hier. Na, steh. Noch einen Tag, dann hab ich endlich frei. Ja, ich hab niemals frei. Ich bin Busfahrer. Ich bin rund um die Uhr für euch da. Leider. Aber nun gut. So ist das nun mal, ne? Wär's garantiert mit dem Fahrrad nicht schneller, mein Freund. Oh, Junge, Junge, Junge. Mann, Mann, Mann. Das fängt schon gut an hier mit der Ampels. Der Ampel. So, was ist los hier, Junge? Gib auf, äh, Tüte hier. Ich hoffe mal, diesmal haben wir die ganzen Missionsziele geknackt, weil, äh, wir spielen ja schon länger hier dran, ein bisschen. Fahren Sie ein Rennen? Ja, klar, mit deiner Mutter. Alter Schwede. Ich hoffe mal, jetzt kommt hier nirgends wo ein Blitzer. Oh, ich blinke beim, äh, bei der gerade Ausfahrt. Ist auch sehr toll. Macht man eigentlich gar nicht. Aber wie ihr mich kennt, äh, ich fahre so, wie mir nach Schnauze ist. So. Nun ja. Nächste Haltestelle. Ähm, ich weiß gar nicht, äh, welche Haltestellen wir alle abarbeiten müssen. Das war doch schon eine Menge. Ja, den Blitzer habe ich gerade noch so, äh, im Augenwinkel gesehen. Ich trete nicht auf die Bremse, mein Freund. Ich fahre heute mal wie ne wilde Sau. Wir haben's eilig, ja. Wir müssen, äh, die Strecke unter 20 Minuten. Ähm. Haben wir's eilig, oder was? Ja, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Ähm, schaffen müssen wir die Strecke unter 20 Minuten. Da ist die Römerstraße. So, meine Freunde, aussteigen. Wem das alles zu schnell war. Und wer einsteigen will, die Brechtüten liegen, äh, rechts hinter mir. Äh. Heute geht's, äh, schicke Runde. Schicke, schnelle Runde. So. Habe ich doch noch geblinkt. Irgendwie manchmal, äh, drücke ich auf den Blinker und lenkt dann gleichzeitig und dann geht der Blinker irgendwie nicht. Wartet ihr das schon auch mal? Dann schreibt mir das in die Kommentare. So, Leute, wer, äh, wer das noch nicht wusste, am 14. April kommt das Flughafen DLC. Das werde ich wahrscheinlich auch vorstellen. Ja, jetzt habe ich irgendwas mitgenommen. Das wird interessant, Leute. Da werden wir einige neue Haltestellen kennenlernen. Und auch... Einige neue Strecken. Vor allem bin ich auf den Flughafen an sich gespannt. Der muss ja, äh, sieht bestimmt geil aus. Ähm, so, ja, wir haben keine Zeit. Äh, von mir aus könnt ihr heute auch, äh, ohne zu bezahlen rein. Ist mir scheißegal. Hauptsache, wir schaffen die Strecke. Leute, heute ist, ist das eine Einladung zum Schwarzfahren, ne? Das kriegt der nicht oft. So. Habe ich geblinkt noch. So. Steinegg Ost. Ich glaube, wir müssen hoch, äh, in den Astrapark, kann das sein? Ne, nach Siegwalden. Siegwalden Nido müssen wir. Aber alles kein Problem. Wir sind ja zügig da in solchen Sachen. Ja. Durch dieses Schlagloch fahre ich eigentlich, äh, so gut wie immer. He, he. Wo war denn da jetzt ein Schlagloch? Das habe ich ja gar nicht gesehen. Da war noch eins. He, he. Junge, ich bin heute der Schlagloch-Gott. Ha. Ah. Oh, sieben Minuten haben wir Zeit. Bis zur nächsten Haltestelle. Sollte kein Problem sein. Wir überholen den mal geschickt. Ich hoffe, wir schaffen das. Wie? Warum bremsen die? Es war doch keiner vor mir. Trottel. Oh, wir kriegen hier jede Menge Punktabzug. Das sehe ich jetzt schon. Leute, ich bin so froh, wenn, äh, diese Strecken rum sind. Ich kann die ehrlich gesagt nicht mehr sehen. Na, hier müssen wir, glaube ich, nicht anhalten. Nächster Halt. Steinegg. Ost. Ja. Steinegg-Ost. Ich glaube, das ist die, äh, nächste Haltestelle. Die jetzt kommt. Und dann, äh, müssen wir, glaube ich, schon nach Siegwalden hoch. Ja, mir ist heute nicht nach Arbeiten. Wem ist schon nach, äh, heute nicht nach Arbeiten. Ich könnte auch den ganzen Tag faul rumliegen, mir die Sonne auf dem Pelz brennen lassen, mir eine schöne Pizza bestellen. Und in der rechten Hand ein Cocktail. Äh, hier sind wir falsch. Wir müssen die nächste. Ja, ich fahre ein Rennen, habe ich dir vorhin schon gesagt. Und zwar mit deiner Mutter. Die hat nämlich auch so einen Bleifuß. So, ein Rand hat den Randstein berührt. Das ist toll. Oder? Ich bin pünktlich, ähm, sehr pünktlich sogar. Oh, nein. Wir haben einen Rollstuhlfahrer. Mist. Ähm, wir machen den jetzt schnell hier, äh, Standards. Ne, Senior war das. So, 3,20 Euro. Da müssen wir nämlich, ähm, wieder die Türen zumachen. So, und dann, ähm, Spezial wieder. Die Bremse. Die. Wo ist denn hier die Rampe? Rampe! Rampe raus! Und dann kann der Herr mit dem Rollstuhl auch direkt rein. Ja, mir gefällt dieser Bus auch sehr. Das ist nämlich mein Lieblingsbus. Das ist zwar nur der Einsteigerbus, den man direkt von Anfang an bekommt. Aber, ähm, mit dem fahre ich irgendwie am liebsten. Ähm, da könnte man eigentlich auch noch das Interieur ändern. Hier ist es nicht geändert. Hier ist, glaube ich, der Standard, ähm, Interieur. Nö, aber ich muss mir mal, äh, Ruhe und Zeit nehmen und dann werde ich mal, äh, so ein bisschen... In der letzten Folge kam endlich raus, dass Hans eine Zwillingsschwester hat. Christina. Christina ist, ist meine Zwillingsschwester, Leute. Nur, das wisst ihr alle noch nicht, weil ihr die sechstausende Folge noch nicht gesehen habt. Ja. Oh, da sitzt ein Marienkäfer auf meinem Knie. Oh, halt doch mal die Schnauze. Hm, jetzt sind wir, ähm, wo sind wir im Agrarzentrum? Haben wir es eilig, oder was? Ja, Mann. Wir müssen die, äh, 20 Minuten unterbieten. Wir fahren heute in 15 alles ab. Ich hoffe, wir schaffen das. Aber sehe ich kein Problem drin. Ja, Leute, es geht schon nach Siegwalden und dann, äh, müssen wir, glaube ich, noch zurück, äh, zum, äh, zentralen Omnibusbahnhof. Vermute ich mal. Oder den normalen Hauptbahnhof. Oh, jetzt hat's gewackelt. Hm. Die Strecke ist, glaube ich, doch, äh, ziemlich schnell erledigt. Es gab mal eine Option, Leute, wo man die, äh, Schlaglöcher, ähm, die Anzahl der Schlaglöcher einstellen konnte im Optionsmenü. Aber das gibt's irgendwie nicht mehr. Jetzt würde ich das direkt runterdrehen. Also, ich hab's zumindest nicht gesehen, wo ich neulich durchgeguckt habe. Wenn euch das aufgefallen sein sollte, wo das noch genau ist, diese Option, dann schreibt mir bitte in die Kommentare, ja? Das wäre sehr hilfreich. Weil die ganzen Schlaglöcher, die packen mich irgendwie ein bisschen ab hier. Ja, du bist auch in einer Simulation. Und du weißt es noch nicht. So, bevor wir, äh, die Türen öffnen, machen wir dem Rollstuhlfahrer mal Platz hier. Wir fahren mal die Rampe raus. Dann geht das ein bisschen schneller alles. Das sieht doch perfekt aus. Jetzt kommt er, glaube ich, raus. Wo ist er? Der Herr, äh, mit den zwei Rädern. Unterm Hinterteil. So. So, was ist mit dir? Du brauchst eine Fahrkarte. Die kannst du bekommen. So, 2,80 Euro. Danke. Ja, ich denke, ich brauche drei Euro. Meine Güte. Senior, drei Stück will er haben. Und 4,60 Euro. So. Jetzt machen wir mal die Rampe schnell rein. Oh, Leute. Ich glaube, wir fahren die, äh, Strecke in Rekordzeit heute. Ja. Da hinten müssen wir auch schon drehen, sehe ich gerade. Nächster Halt. Fischgrund. Endstation. Bitte alle aussteigen. Wir müssen am Fischgrund halten. Und da ist auch schon die Endstation, ja. Ey, der Witzka. Ja, ich meine, wir haben ja auch am Fischgrund, wir sind ja auch gestartet. Das wäre ja normalerweise die, äh, logische Erkenntnis, dass wir da dann auch wieder hin zurückfahren. Ich meine, letztes Mal, ähm, haben wir, sind wir zum zentralen Omnibusbahnhof, zum Hauptbahnhof, ich weiß nicht mehr so recht. Irgendwie so um den Dreh. Aber wir schauen mal. Dann haben wir die Strecke gleich gut erledigt. Ich hoffe, wir sind dann, äh, durch mit den Zielen, aber, ähm, mit den 5-A-A-S-Fahrern, da müssen wir mal gucken. Aber normalerweise müssten wir das dann erledigt haben. Meine liebe Leuz. Oh, ich kann meinen Schlüssel nicht finden. Oh, da müssen wir mal suchen, Fräulein. Ich habe ihn jedenfalls nicht versteckt. Was ist jetzt hier? Muss leider ein bisschen Gas geben. Ah, wir sind gleich da. Dann haben wir das geschafft. Ach. Was habe ich vergessen? Schlagloch, oder was? Ich habe doch schon alle mitgenommen. Ey. Es war doch grün. Blöder Affe. Mensch. Ja, so schnell war ich doch gar nicht. Leute, das wird eine katastrophale Strecke heute. Ähm. Ich meine, eine Streckenbewerbung. Mein Akku ist schon wieder leer. Ja, macht ja nichts. Du kannst ja jetzt auch aussteigen. Tschüss. Tschau. Und beehrt mich mal wieder. Bis dann. Tschüss. So. Mal gucken, ob ihr eure Müll mitgenommen habt. Ja. Saubande hier. Mensch. Jetzt wollen wir mal gucken hier. Leute, ich bin gespannt. Ich sehe schon. Zweimal Blinker ausgelassen. Zwölfmal Schlagloch. Äh. Zu schnell überfahren. Sehr geil. Ähm. Ja gut. Wir haben noch 10.000 Euro, ähm. Erwirtschaftet. Ist jetzt nicht so schlimm, finde ich. Drei Sterne Bewertung haben wir. Und mal gucken, ähm, was der Streckenplaner sagt. Gott. Ja. Wir haben es geschafft. Geil. Leute. Ausgezeichnete Arbeit. Ich habe noch nie so viele Leute an der Flusspromenade spazieren gesehen. Jetzt ist der beste Zeitpunkt, um sich um das Nachtleben der Stadt zu kümmern. Das alte Sägewerk hat sich zu einer populären Event-Location entwickelt. Wir würden gerne diese Beliebtheit nutzen, um das Nachtleben der Stadt zu verbessern. Eine Route, die das alte Sägewerk mit dem ZOB, dem Hauptbahnhof und einigen Stationen am Ring verbindet, klingt nach einem guten Anfang. Oh, bitte stelle auch sicher, dass die Leute mit dem Bus von einer Location zur anderen und auch nach Hause kommen können. Ich glaube, Leute, wir haben da viel zu tun. Ich traue mich gar nicht, die Missionsziele durchzuschalten. Ein Moment. Oh mein Gott. Leute, guckt euch das an. Da haben wir, ähm, für die nächsten Folgen, Bus-Simulator, haben wir noch ein bisschen was vor der Brust. Ähm, einen Punkt haben wir schon ab, äh, abgefrühstückt. Erhöre den Level des alten Sägewerks auf Level 7. Ähm, okay. Erhöre den Level aller Bushaltestellen auf Level 6. Ui. Okay, das wird noch, ähm, fahre alle diese Strecken bei Nacht. Ja, schön. Da haben wir ja, ähm, nur Nachtstrecken zu fahren, anscheinend. Hm, ja, ich würde sagen, ähm, ab der nächsten Folge werden wir mal, ähm, diese Strecken nach und nach bauen. Und dann werden wir sie abfahren im Nachtmodus. Im Nachtmodus, wie hört sich das eigentlich an? Ja, gut. Ähm, das werden wir schon, äh, hingebügelt bekommen. Und dann, ähm, sag ich mal, bis zur nächsten Folge. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt das Däumchen hoch, abonniert mich und auf zukünftige Folgen nicht verpassen, die, äh, Aktivierungsglocke drücken. Freunde, Leute und was weiß ich nicht noch. Also, ciao, tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.